So, weiter geht's mit meiner Aufnahmesession. Noch ein kleines bisschen weiter, ich musste eben wirklich abrupt aufhören. Tut mir leid. Wenn's da natürlich klingelt, muss man aufmachen. Zumindest wenn man... Also, in meinem Fall, wenn ich weiß, wer da ist. Wir waren aber schon ganz richtig, wo ich aufgehört hab. Man's locker room. Da wollte ich dran. Hallo, hoffentlich ist niemand mehr da. Obwohl, Männer. Ich darf hier rein nicht mit Leon. Hallo? Darf ich eure Pimmel sehen? Ne. Leon ist ja nicht so. Ich mein... Wer ewig derselben Frau nachrennt, der kann... Ja, du stehst garantiert gleich auf. Kommt noch. Hier liegt nix. Da oben wird gespeichert gerade. Da kommt doch gleich garantiert wieder einer raus. Leer? Okay. Jetzt bin ich hier. Ah ja. Noch mehr Flinten, oder? Äh... Oh, sie zahlbar. Äh, was? Ist das ein Licker? Oh nein! Nix da. Du bist hoffentlich jetzt tot. Wo ist mein Messer? Kaputt, oder? Scheiße. Jetzt laufen die Licker rum. Das ist ja noch viel schlimmer. Ich bin immer noch gesund. Okay. Ach jeher. Ich hab schon gedacht, so ein Hund wäre schlimm. Ich bin eh nicht unbedingt ein Hundefreund, aber das... Batterieee! Äh, kopieren. Äh, kopieren. Äh, kopieren. Kombinieren. Hitze beständiger Tresor mit 3-Zahlenschloss. Vom Stars-Büro in 2F ins Büro Westseite 1F verlegt. Hitze beständiger Tresor. Die Kombination lautet L9, R15, L7. Bitte Kombination sofort, nachher halt ändern. Ja, das ist das, was ich schon aufgemacht hab. Also, man findet doch die Hinweise alle noch, klar, aber ob man sich das merken kann. Ja, gib mir was von der Flinte. Das ist ganz gut. Da muss ich auch irgendwas dran machen. Ein USB-Stick oder so. Oh, guck mal. Made in Heaven. Oh, die Jacke gefällt mir. Und die Gitarre da auch. Oh. Okay. Noch mehr hochwertige Schießpulver. Nee. Ich denke, die werde ich jetzt öfter brauchen, so langsam. Nee, ist hier nicht. Insert your Dongle-Key into the USB-Port. Konto-Authentifizierung erforderlich. Dongle in USB-Anschluss stecken. Warum lese ich es in Englisch, wenn es unten drunter in Deutsch steht? Weil Englisch viel cooler klingt. Gut, ich brauche ein USB-Dongle. Dongle, 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 Dongle. Jetzt kann ich aber wieder zurücklaufen und das Dings da sprengen. Weil ich irre hier... Boah, hier ist alles voller Blut. Und ich irre hier weiter umher und habe Angst vor Lickern. Hier ist wieder eine Herztür. Ah, jetzt kann ich hier aufmachen. Cool. Ah, here I am. Once again. Rüstkammer, Starsbüro. Das sind alles zusammen. Wagenheber. Ah, da muss ich wieder nach oben, ne? Nee, doch hier. Da kann ich aber genauso gut hier rumgehen. Das stimmt. Ich frese mich vor. Eui, ihrem an. Buh. Halt doch oben, ne? Ja, doch, das war hier. Ja, das war hier. Okidoki, so. Ich sie weg hier. Äh. Wo? Wo genau? Ich hab doch einen Schrei gehört. Ich werde mich gleich sehr erschrecken. Ach so, hi. Komm schon. So. Ähm. Muss ich nochmal gucken. Äh, das ist wohl... Ja, irgendeinen Kopf. Pfeile, Bogen und die Schlange. Oh, das sieht man ja so gut, ne? Hä hä hä. Mädchen-Medagion. Meda-Lünge. So. Tikka-Töne-Statue aktivieren. Sweet. Das klingt nicht sweet. Weg hier. Oh nein. Das hab ich mir doch gedacht. Healing, please. Peace. Ah, du Scheißvieh. Hier, nimm's. Oh mein Gott, sind die Licker-Scheiße. Ich werd garantiert an einem sterben. Jetzt war das Ding hier vor. Puh. Scheiße. Ich wollte abhauen, oder war das davor? So eine Rotz. So, hab ich jetzt alles gemacht, was ich machen konnte? Ich glaub ja, ne? Bis auf das hier in dem Raum. Da hinten brauch ich noch so ein Ersatzteil. Hier brauch ich den Dongle. Da brauch ich noch was für ne Kurbel. Irgendwie. Man sieht auf Leons Rücken auch den Kratzer, den er von dem Licker hat. Jetzt weiß ich auch, wo der Kratzer herkam, den ich an der einen Wand gesehen hab. Das war bestimmt von dem. Marvin, ich hoffe, dir geht's noch gut. Na, was heißt gut? Falte Richtung. Na ja, er liegt noch da. Ich fürchte allerdings, wenn ich nochmal bitte zurückkomme, nicht mehr. Ja, er liegt noch. Er bewegt sich noch. Ich würde nochmal speichern. Und ein bisschen was ablegen. Gut, viel ablegen ist hier nicht mehr. Die nehm ich mal. Ne, halt, ich kann auch mein Messer mitnehmen. Das wird kombiniert und weggelegt. Einen hab ich ja noch. Wenn da noch mehr Licker kommt, werde ich noch viel mehr Heilungsmittel brauchen. Das ist meine Befürchtung. Offen! Einen Weg rausfinden. Tut mir leid, Marvin. Da geht es nach unten. Das ist er. Unser Weg raus. Lieutenant Brenner! Marvin! Zeit zu gehen. Hey, Marvin! Wir müssen Sie ins Krankenhaus bringen. Sofort! Nein, nein. Ich... rette dich selbst. Kommen Sie, ich hab's... Geh! Hören Sie, wir können es immer noch beide rausschaffen. Wenn Sie mir nur... Es ist zu spät. Hab's versucht, Leon. Aber ich konnte es nicht stoppen. Das darf sich nicht ausbreiten. Jetzt liegt's an dir. Jetzt geh! Verstanden. Ich muss wieder Final Fantasy 15 spielen. Länger. Nein, ich will ihn mitnehmen! Ob der will oder nicht! Oh no! Och nee. Wenn er nicht zurückkommt, dann war's das. Äh, da kommt auch irgendwas drauf. Okay. Ich komm aber auf jeden Fall zurück. Von daher, ähm... Mach ich mir jetzt noch nicht den Kopf, um die Sachen, die ich noch nicht machen konnte. Uh, speichern. Einfach nur mal. Sicherheitshalber. Ich denk immer, man kann ja noch schnell irgendwie... Der Kratzer heilt langsam auf Leons Rücken. Aber er heilt, was mich sehr wundert. Oh je. Nicht so wie der Dunkeln hier rumeiern. Nö. Okay, der Ginge ist noch weiter runter. Was ist denn so? War das Marvin? Das ist kleiner auf Marvin. Oh nein, ich war... Ich... Nein, ich... Ich weiß nicht, irgendwie klang das nach Marvin. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Das war der. Das war nicht mal... Hallo? Lass mich? Ich hätte vielleicht doch die Treppe nach unten gehen sollen. Ich sag, gut, ich soll gegen den Kämpfen. Ich komm schon mit den Licker nicht klar. Das soll's auch. Ich muss ihn ausschalten. 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 Äh, wo ist mein Messer? Jemand beobachtet mich. Wo ist mein Messer? Scheiße. Ist das jetzt echt bei dem geblieben? Ach nee. Na Gott sei Dank, ich dachte schon, dass er mitgenommen. Jemand beobachtet mich. Liegt hier vielleicht noch irgendwo was? Ja, schön. Kann ich gebrauchen. Hab nämlich eben viel zu viel gebraucht. Das nehm ich auch ganz gern mit. Hier ist auf jeden Fall noch mehr zu holen, irgendwie, weil... Der Raum ist noch rot. Der Maschinenraum ist ja auch ziemlich groß. Ich stand ja auch eben nur auf einer Stelle, fast. Da seh ich noch ein Kräutchen. Ne Handgranate, die nehm ich gern. Zum Verwenden im Inventarausrüsten tötet die Gegner im Wirfungsbereich garantiert. L1 bereithalten, R2 werfen. Kann zum Kontern verwendet werden. Wenn man von Gegnern gefangen wurde, ist es stark reduziert. Was, ich n bén. Scheiba. Musik. Jetzt hab ich alles, gut Dann kann ich ja jetzt zu der Hier hoch Da kommt Leon garantiert nicht rüber Okay Okay Eine Kiste zum Sachen ablegen Da gehts weiter Noch mehr Platz Juhu Sweet, too sweet Ähm Ich hab mittlerweile so viele Kräuter hier So viele Heilmittel Zwei hab ich dabei Jetzt hab ich hier schon Drei grün und rote gemischt Ich hab hier noch grüne zwei Lasse Elfespray Gut Nochmal speichern Dann würde ich sagen Ich beende hier mal Für jetzt Für heute Für den Moment Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder bei Resident Evil 2 Dem Remake für die Playstation 4 Bis dahin, ihr Lieben Keep on playing Bye-bye Vielen Dank.